So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und was will ich sagen, ein Wunder ist passiert, wer das die ganze letzte Zeit mitbekommen hat, wie es mir geht und vor allem was ich für Probleme habe zu schlafen und wie ich mich vor Schmerz einfach immer nur noch rumkrümmen wegen meinem Rücken. Und gestern war es anders. Gestern bin ich zwar nicht ins Bett gefallen, aber aufs Sofa gefallen und heute aufgewacht, 15 Uhr, also vor einer Stunde und ich hatte keine Schmerzen, kein gar nichts, mir ging es richtig gut. Gut, der Mist war komplett schwindelig und ich bin immer noch neben der Spur, aber diesmal nicht wegen den Nebenwirkungen vom Absetzen der Tabletten, sondern wegen dem Sabender seinem Kräuterlikör. Ich habe mich nämlich gestern Abend mit dem Iswo im Discord getroffen. Dem habe ich geraten, er soll das mal runterladen, weil gestern war ja Mittwoch, gestern war Raw drauf und ich habe gestern Abend mit dem Iswo im Discord zusammen Wrestling geguckt, habe das hier drauf gemacht auf dem PC, habe den Bildschirm übertragen an ihn, dass er das auch gucken kann, weil er keinen Fernseher hat. Und dann habe ich mal den Saarländer Kräuterlikör vom Sabender probiert, sieht man ja, habe ich mal einen Schluck genommen und ein paar Bierchen dazu und dann haben wir Musik gehört noch nach dem Wrestling und ein bisschen rumgefreestylt und seine EP durchgehört. Irgendwann bin ich 15 Uhr aufgewacht, hatte nichts mehr an und alle Handys waren aus, alle Akkus waren leer, aber ich hatte keine Rückenschmerzen. Das ist doch auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung. Und eine deutliche Verbesserung erwartet uns wohl auch mit dem nächsten Event. Ihr wisst ja, jede Region bekommt eine Woche lang ein spezifisches Event, wo die Region in den Vordergrund gestellt wird. Momentan ist die Sino-Region noch dran, nächste Woche startet das Ganze dann mit der Höhenregion. Das Höhen-Event ist angekündigt. Und jetzt sagen schon viele, dass das wohl das beste Event von allen ist, von allen Regionen, obwohl es kein neues Shiny gibt. Aber Shinies sind eben nicht alles. Bisher war es wirklich so, pro Woche wurden die Pokémon in den Fokus gerückt. Man konnte gucken, wovon man noch Bonbons gebraucht hat, Starter, Farmen, sonst was hin und her. Alle, die so einen Seeday schon hatten, waren natürlich auch wieder fleißig am Start. Aber es gab jedes Mal ein neues Shiny mit bei. Aber dieses Mal gibt es keinen Shiny, dafür gibt es gleich 10.000 Neuerungen, Dinge. Da müsst ihr euch festhalten, das klingt auf jeden Fall richtig genial. Ich habe mir jetzt hier wieder den Artikel von Pokefans zur Brust genommen, genauso wie den von GoGames. Finde ich, ist ja schön hier mit dieser Tabelle und so, aber da ist immer überall so viel Rot drin. Und wenn ich mir nur das Titelbild so angucke und nebendran diese ganzen Downloads und diese ganze Werbung und das ganze Zeug, finde ich, hier ist es irgendwie gemütlicher und überfordert den Leser nicht. Für alle, die nicht wissen, um was es geht, also Dienstag starten immer die neuen Events, momentan im Januar. Dienstag wechselt immer um 10 Uhr das aktuelle Event, ja. Beziehungsweise, das ist ja vorher am Montag, ist das ja glaube ich dann immer schon zu Ende, aber Dienstag früh startet dann immer das Neue. Dienstag, 19. bis 24. Januar. Ihr habt sozusagen eine Woche wieder Zeit. Pokémon, die häufiger in der Wildnis erscheinen, natürlich fast alles, was ihr auf dem Bild rumseht, alles was spezifisch für die Höhenregion ist. Gekabor, Flemmli, Hydropi, eben die Stada, Schwalbini, Crackilo, Nasknet, Stolunior, Mediti, Roselia, Kaniwanya, Kamaub und Pupanz. Lustig, dass Roselia vermehrt erscheint, aber es ja auch seinen eigenen Seaday bekommt. Wurde ja gestern auch angekündigt, habe ich hier übrigens auch zwei Artikel dazu, aber dazu werde ich ein extra Video machen, vielleicht für morgen. Wir wollen uns ganz hier auf dieses Event konzentrieren. Was natürlich cool ist, Nasknet ist hier auch aufgeschrieben und viele sind davon ausgegangen, dass Nasknet als neues Shiny eingeführt wird. Ist leider nicht so, wäre aber cool gewesen. Ansonsten aus 5 Kilometer Eiern schlüpfen, Eneko, Stolunior, Krebskorps, Liljab, Anurid, Kindwurm, Tarnel. Kindwurm, Tarnel, auf jeden Fall sehr gute Pokémon, gönnt euch die, macht was draus, ja. Wenn ihr ein Methang während dem Event zu Metagross entwickelt, kriegt es die Attacke Sternenheb. Ist eigentlich eine reine Seaday-Attacke, kriegt ihr so nicht mehr. Wenn ihr noch ein gutes Tarnel habt oder Methang oder einfach das Höchste, was ihr habt von denen, das WP-Höchste, egal wie die IVs sind, entwickelt das einfach zu Metagross. Metagross ist ein richtig guter Stahlangreifer, flexibel einsetzbar und mit der Attacke Sternenheb eben ein richtiges Monster. Gönnt euch Sternenheb auf Metagross. Denkt im Prinzip, das ist wie ein Rocket-Event und ihr könnt da Frustration verlernen. Nur dass ihr nicht Frustration verlernet, sondern Metagross Sternenheb mitgebt in dieser Woche. Da werde ich auch mal gucken, was ich noch so rumliegen habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Metagross mit Sternenheb ich habe, aber ich möchte da auf jeden Fall noch ein paar entwickeln und vielleicht hochziehen. Bis zum 25.01. außerdem kann man im Shop drei kostenlose Fan-Rate-Pässe erhalten. Das ist ja auch immer ganz beliebt, die Frage natürlich. Ja, wann gibt es denn mal wieder Pässe und so und es gibt gar keine Pässe. Die sind ja nicht in der Pflicht, euch welche zu geben. Sie schenken euch welche. Also seid froh, wenn es welche gibt, aber beschwert euch nicht, wenn es gerade mal keine gibt. Jetzt gibt es dann aber wieder drei Stück, drei kostenlose Fan-Rate-Pässe eben für diese Region und für das Event, wo auch Groudon und Kyokre da sind. Da freuen sich die meisten sowieso schon drauf. Durch Feldforschungsaufgaben kannst du Sternenstaub und Begegnungen mit Gekabor, Flemli, Hydropi, Stolunior, Plusle, Minon und Weimar erhalten. Stolunior überall einfach wild aus Eiern, aus den Aufgaben. Stolunior an sich eigentlich auch ein cooles Pokémon als Shiny, auch ganz nett, aber ich weiß nicht, Stolos ist jetzt nicht unbedingt nützlich. Sieht aber trotzdem gut aus, sage ich mal. Dann Raid-Bosse. Es wird Pandir-Raids geben. Ich frage mich, warum? Und vor allem verschiedene. Es gibt so viele Pandir-Formen, manche gibt es auch als Shiny, manche fehlen auch noch. Jetzt packen die Pandir in Raids, um den Leuten zu ermöglichen, Pandir zu raiden. Dass sie ein Shiny-Pandir bekommen, dann haben die diese eine Form als Shiny und die anderen eben nicht. Oder ist es sogar eine neue Form in Raids, dass jeder raiden muss, der das Pandir aus dem Raid in Shiny haben möchte. Auf jeden Fall wird es Stufe 1 Raids geben mit Gekabor, Flemli, Hydropi, Trassler, Stolunior, Kindwurm. Also Trassler, Kindwurm, beide sowieso ganz... Wieso sind die eigentlich blau? Die sind ja blau, das andere ist ganz normal. Auf jeden Fall habe ich sowieso Trassler eigentlich. Ja gut, Trassler ist auch ein gutes Pokémon, nehmen wir auch mal mit. Stufe 3 Raids, Kapilz, Flunkhiever, Groing, Absol, Pandir. Absol, Flunkhiever auch noch für die Shiny-Jäger, wer noch keins hat. Aber Pandir, weiß ich nicht, das würde mich interessieren. Was denken ihr? Ist das ein neues Pandir, eine neue Nummer, die dann auch Shiny sein kann, die dann jeder raiden will? Oder ist das einfach nur mal ein Pandir für die Leute, die es noch nie geschafft haben, 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander zu treffen und deswegen packen sie es jetzt in den Raid, dass die auch die Möglichkeit haben, sich ein Pandir zu holen? Stufe 5 Raids natürlich, Kyoko und Groudon. Mega Raids, Mega-Bieser-Flor, Mega-Ampharos, Mega-Hundemon. Da hat sich auf jeden Fall was geändert, Mega-Ampharos ist ja komplett neu. Mega-Hundemon ist glaube ich auch, aber beliebt. Da wird es vielleicht ein paar geben, die sagen, ja, können wir bitte Mega-Hundemon-Raids machen. Mega-Bieser-Flor war jetzt nicht mehr da, ist jetzt dann wieder zurück. Aber gut, unser Fokus liegt ja eigentlich auf Kyoko und Groudon. Und ich denke mal, Ampharos wird ja danach bleiben und nicht nur in dieser einen Woche da sein. Also wir werden uns auf Kyoko und Groudon, wenn wir Raids hosten, fixieren und die Mega-Raids dann erstmal ein bisschen hinten anstellen. Dann gibt es wieder die Sammler-Herausforderung für eure Medaille. Diesmal zu finden, Gekabor, Flemmli, Hydrobi, Ninkar, dann Nasknet, Stalunjob, Lusle, Minun, Kindwurm. Wieso hört sich das Gekabor immer so komisch an? Gek-K-K-Bor? Gek-K-K-Bor? Ich betone das irgendwie komisch. Folgende Aufgaben sind zudem bekannt. Fange zwei Groudon, beziehungsweise zwei Kyokre, um jeweils zusätzlich zehn Bonbons dieser Pokémon zu erhalten. Und fange 30 Pokémon, um 30 Pokébälle zu erhalten. Wie krass wäre es denn jetzt gewesen, wenn sie eine Aufgabe reinbringen, fange zwei Kyokre und ihr bekommt zehn XL Bonbons dafür, anstatt zehn Bonbons. Ich meine, wenn ihr zwei Kyokre fangt mit gelber Beere, dann habt ihr ja schon zwölf Kyokre Bonbons bekommen. Und dann kriegt ihr halt nochmal zehn zusätzlich dafür. Zehn ist jetzt nicht die Welt, aber die meisten wollen ja sicherlich die Pokémon auf Level 50 pushen, die sie schon haben von Kyokre und Groudon. Na gut, manche werden auch einfach nur den Pokédex-Eintrag haben wollen, weil die das noch gar nicht haben. Manche wollen auf Shiny-Jagd gehen, weil denen das noch fehlt. Ist ein bisschen mager, so zehn Bonbons. Ich hätte zehn XL Bonbons, wäre einfach richtig krass gewesen. Aber man kann ja wie gesagt nicht alles haben, man muss das nehmen, was kommt. Und außerdem, Alter, Belohnung, Begegnung mit einem potenziell schillernden Rai Quasa mit der exklusiven Ladeattacke Orkan. EP, dreimal silbernes Anadabären, einmal Rauch. Was heißt jetzt potenziell schillernd? Und es steht ja nicht da garantiert, also ist ja keine, ein garantiert schillerndes Rai Quasa, ein potenziell schillerndes Rai Quasa. Erstmal cool, dass ihr durch diese Aufgabe dann ein Rai Quasa einfach hinterhergeworfen bekommt, was Shiny sein kann. Was heißt potenziell jetzt? Das Wort verwirrt mich ein bisschen. Also nicht nur, dass ihr schön an Kyogre und Groudon rangeführt werdet, Bonbons dafür bekommt. Ihr kriegt auch noch den Vater von beiden, der drüber steht und guckt, was die da so machen. Vielleicht auch als Shiny, sagt ihr mal, was ihr denkt, ist das garantiert Shiny oder heißt potenziell Shiny einfach nur, ja, es kann Shiny sein, muss aber nicht. Aber das ist ja bei allen anderen auch so, da könnte man ja bei jedem Pokémon hinschreiben, ein potenzielles Gekabor, ein potenziell schillerndes Gekabor in Stufe 1 Raids, ein potenziell schillerndes Flemly in Stufe 1 Raids. Dann wäre ja alles potenziell schillernd, was schon als Shiny im Spiel ist. Das Yotu-Event steht auch noch aus, geht aber dann wieder eine Woche später los, aber ich finde jetzt schon, dass das eigentlich gut klingt. Ihr habt viele interessante Pokémon hier dabei, die zwei Raid-Bosses sind richtig heftig, diese kleine Forschung mit Rai Quasa, einfach so ein Rai Quasa den Leuten hinterhergeworfen, das ist ja dann für jeden, ja. Raids sind so eine Sache, Rai Quasa-Raids, man sagt, macht doch einfach einen Raid, wenn ihr keine Leute für den Raid habt oder keinen Raid findet, aber in der Forschung kann sich das jeder gönnen. Gut, ihr müsst dafür zwei Kyoko oder Groudon fangen, aber dafür habt ihr jetzt trotzdem die Gruppen. Wer keine Raid-Gruppe hat, guckt einfach mal in die Beschreibung, guckt bei Telegram, guckt bei sonst wo oder haltet euch an uns, wenn wir Raids für Zuschauer immer hosten und so, dann dürfte das eine gute Sache sein. Kein Shiny dabei, kein neues, aber auf jeden Fall coole Pokémon und das mit Pandya, behalten wir mal im Auge. Schauen wir mal, was das ist, ob das neue Form ist oder nicht und ob das Shiny sein kann und was mit dem Rai Quasa los ist, ob das garantiert oder potenziell oder was der Unterschied zwischen den Worten ist, keine Ahnung. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite, nachher um 18 Uhr machen wir wieder eine Stunde lang Kaumalard-Rates, da könnt ihr wieder mitmachen, addet einfach die zwei Accounts, die wir dann anpinnen und dann werden wir euch einladen, immer der Reihenfolge nach, für potenziell schillernde Kaumalards. Das Wort habe ich jetzt in meinem Wortschatz erstmal richtig oben angeheftet. Morgen reden wir nochmal über den Roselia Sea Day oder so, das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.